Jo, Johannes Ritter! Oh, Fakey! Sehr, sehr stark! Crack-Clip! Oh, massiver Crash! Hab ich sein sollen! Das hab ich doch gesehen! Was geht? Wir sind wieder in Halberstadt, fahren heute wieder Session. Johannes hinter der Kamera und die Homies auf der anderen Seite. Ich will jetzt ganz langsam rein. Oh, yeah! Du bist fast auf dein Handy getreten. Oh mein Gott! So, im Keller, Junge! Richtig schön! Am besten wäre mir jetzt zweimal springen gefallen. Das ist mir ideal! Okay, wir fangen an mit ein paar Quarter-Tricks. Johannes geht kurz runter und dann sieht es ein bisschen besser aus. Ja! Ja! Thank you! Ja! Oh, nein! Boah! Jo! Was willst du denn machen? Warte? Na ja, was soll ich denn machen? Ne, willst du mal einen schönen Bartapbar machen? Keine Idee, ja. Wir machen dann Putsch & Whip, da irgendwas, Bartap, Buy-In, 360 to Fakey. Stark. So richtig aufs Street gehen. Hammer Street, ey, wirklich. Das ist richtig Street. 3R to Fakey, wer kennt's nicht? Ich fühle mich richtig Street, ja. Der ist Street Trick Nummer 1. F**k. Da hab ich mal, hat Feuer gekauft. Stark. Oh, Bart, ja. Algo. Rauschen! Komm raus, du bist. Töp! 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 F'gevon können. Ja, der wär gut. Oh, diese Kährzinoana. Oh, okay. Richtig. Alter, sollte ich mal etwas cooles machen? Soll ich mal so'n 270 Footjet-Dot? Kann man einfach? Ich probier das jetzt. K? Soll der gehen? Ich schaff's das. Oh, Mann, ey. Nein,, ah! Ich bin nur zu weit in den Keller gesprungen, deswegen hatte ich da keinen Schwung. Junge, du hast aber gerade so viel Transition gehabt, Alter. Ja, aber ein bisschen zu viel. Die gucken die ganze Zeit zu, die trauen sich nicht zu fahren. Junge, ich flogge. Ich kann auch nicht laut machen, da hört man mich doch nicht. Ey, glaubst du, du kannst ein Vip da raus machen? Ey, das ist ja aber hart. Ich hab's nicht mal probiert. Mein Filmer klettert. Ich mach jetzt den Kälter-Ride für Tränen. Okay. Ja. Jetzt wissen die es auch. Ja. Hast du mal überlegt, nicht die ganze Zeit Can-Can-Ride zu fahren? Ja, ist gut. Mach mal, mach mal vor. Oh, hast du mal gemacht? Nee. Der kann das, der kann das. Ich hab's sogar schon mal gemacht. Ja, natürlich. Du kannst doch was. Okay. Der ist aber close. Ey, war so too manual. Ja. Ja. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Hört mal, das hat er weggekickt. So ein Scheiß, Alter. Von wem? Weiß ich nicht. Deswegen konnte ich's nicht machen. Deswegen konnte ich's nicht machen. Ja. Nö. Ich hab's noch! Ja, guck mal, ich habe dir die Tour. Komm, komm. Komm. Das geht noch. Komm, komm. Komm, developparum. Komm. Komm, komm. Okay. Ja. Okay. Mein Füllhof hat Fahrrad. Boah, ich bin in. Fakie. Kann ich nicht. Fakie. Mach mal irgendwas in. Aber nichts nicht. Okay. Oh mein Gott. Boah. Ja, ich kann nichts raus. Also. Mach mal fair. Ich mach jetzt meinen Stunt. Ich kann auch nicht aufgeben. Okay. Oh mein Gott. Marius Krause. Take two. Let's go. Ja. Junge. Ja. Boah, Johannes. Ey, wir brauchen noch übel skills von dir. Wir haben viel zu tun. Wir brauchen viel zu tun. Das ist ein Subnail. Das ist ein Subnail. Das ist ein Subnail. Das ist ein Subwayform. Wir brauchen viel zu tun. Ey, bitte mach den. Ich hab echt Angst hier alle Alter Double whip tap Brakeless Jungs, mach das mal an der Bremse Okay Das war echt krass Marius Krause, gar nicht Was soll ich denn mit Boxstab machen? Ne, ich mach jetzt hier auf der Ich hab ein bisschen in meinem Vorderarzt Das sah aus wie so ein Tabletop auf einmal oder so Okay, das war, ich hab, machst du den Tabletop? Alter, dumme Also was? Wir machen Was? 3.60 rückwärts Wie immer 3er Downy No hint Ja Ja Die Idiot Oh my god Okay RAAAAT stein 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 Das ist so gut, dass du nicht gegen die Box kommst. Wir haben noch 6% und es ist halb 9, deswegen ist es jetzt hier vorbei. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.